meine meinung zum film acquired place 2 für alle die die den ersten gemocht haben kann man sagen dann könnt ihr den auch anschauen sind wir fertig ihr könnt weitergehen quatsch er interessiert euch natürlich für details wie schon die taler vorden sagte ich brauche mehr details ich nehme es im folgenden an dass ihr den ersten teil gesehen habt weil sonst hauptsächlich gehabt weil ich ein paar sachen spoilern werde mich hat im ersten teil schon die sache mit dem grundkonzept leicht gestört und leider haben sie halt da im zweiten teil immer arg viel mehr dran gebaut die aliens die ja auf sound reagieren also macht kein geräusch sagt kein wort mehr das war ein anderer film das ist eine coole idee aber wenn sie dann so sachen bringen wie diesen wasserfall im ersten teil wo sie sich dann gestört unterhalten können da frage ich mich warum wohnt ihr nicht da oder warum macht ihr nicht irgendwie in sound generator irgendetwas was wahnsinnig lärm macht zum beispiel ein aggregat weil die aliens sind ja nicht so richtig clever die scheinen dann wohl nicht mehr orten zu können so habe ich mir jetzt das interpretiert jedenfalls rennen sie nicht zu einer schallquelle und untersuchen das dann groß groß mächtig also jedenfalls nicht beim wasserfall anscheinend vielleicht weil sie das dann schon wissen es wurde jedenfalls nicht erklärt dass sie natürlichen von unnatürlichen geräuschen unterscheiden können aber wir werden im spoiler bereich ein bisschen noch darüber reden was ich für ideen hätte wie man das vielleicht anders hätte lösen können auch die geschichte mit dem cochlea implantat und den rückkopplungen im ersten teil ich habe ein bisschen an maß attacks denken müssen das war aber halt auf comedy gemacht dass die irgendwelche was was volksmusik oder irgend sowas dann explodieren und da hätte man vielleicht was draus machen können aber es war einfach irgendwie als ich habe schon konzepte gesehen mit dass aliens kein wasser vertragen und so weiter ja da kommen wir dann später noch im lauf also ich sage nichts dazu aber auch das ist so ein punkt der hier mal kurz zur diskussion steht es war als weakness also da irgendwas wie ein taser oder was weiß ich also jedenfalls wenn das ihre weakness ist dann haben sie sich nur als den film nur dadurch gerettet dass sie im zweiten teil nahtlos an den ersten anschließen weil sie hatten jetzt keine chance eine große pr anlage oder irgend sowas aufzubauen okay sie retten sich ja sowieso dass sie am anfang mit was bisher geschah helfen also sie machen im prinzip ein kurzes prequel eine sequenz die ist ganz okay und dann steigen sie in die handlung ein als es können auch leute die den ersten teil nicht gesehen haben dann nahtlos mitmachen das ist gut aber es überspielt halt nicht die ganzen probleme und die probleme werden eigentlich nur durch die schauspielerische leistung der emily plant und millis and weas die spielen sowieso alles an die wand das ist da brauche man darüber diskutieren und das ist auch ein genuss in diesem teil auch die die cinematik also die die aufnahmen das ist einfach stimmungsvoll ich kann es nicht genau erklären die bilder sind einfach nur schön und die soundeffekte dann wo es stattfindet natürlich auch nicht natürlich auch so kleinigkeiten wie wenn das mädel also es kochlea implant hat nicht drin hat an einigen stellen oder eben dann ja wenn es für die für die dramaturgie gut ist dann denken sie die lautstärke level komplett auf null dann hat man ihre sicht das ist cool aber sie haben gott ist ja natürlich das grundsätzliche probleme mit dem baby und damit irgendwie dass das baby hinterlässt bei mir immer so leicht schalen geschmack weil ja auch das geht nur damit kommen sie nur durch weil sie eben kontinuierlich anreihen aber ich habe schon in meiner kritik zum ersten teil ein bisschen was dazu gesagt aber sie haben das natürlich als komplikation gebraucht das ist im prinzip auch okay sowie der film an sich natürlich im prinzip okay ist er baut hat auf der story vom zweiten auf das ist jetzt nicht unerwartet aber mich hat er nicht mehr so gepackt wie der erste im ersten haben sie sich ein paar szenen getraut die haben auch schon körperlich wehtun ich möchte jetzt bloß stichwort treppe dass also da das hat mir so richtig auch mit weh getan diese stelle im zweiten machen sie zwar eine anspielung aber man denkt sich ja schon die ganze zeit wenn die latschen weil die haben das im ersten namens ist ja gelöst mit diesem sandweg aber die rennen durch den wald und ja sie helfen sich ein paar szenen wo sie dann die füße bandagieren aber ich denke mal leute dass ich verstehe das konzept aber also wenn ich durch den wald gehe oder auch nur feldwege des knackt permanent dann könnt ihr auch gescheite schuhe anziehen und es ist auch im folgenden wird es nicht gebraucht man kann es nur durch die continuity erklären aus dem ersten teil auch ist im zweiten teil so dass eigentlich die jetzt mal spoiler frei eine gewisse entscheidung einer hauptfigur völlig banal als völlig unklar ist warum die zustande kommt auch das kann man nur reverse ingenieur dass man sagt hier wurden einfach zwei schauplätze die aber nicht gereicht hätten für eine komplette handlung und dann hat mal die handlung aufgesplittet ansonsten ist es okay sie werden sich bei der sache wahrscheinlich mit einem dritten teil retten und danach hoffentlich aufhören und jetzt im spoilerbereich sage ich euch was um was es im dritten teil gehen wird also insgesamt ein film den man gucken kann mehr net so jetzt haben wir im spoiler teil also warum das das mädel mit dem cochlea implantat dann da plötzlich die insel aufsucht ja insel ist ja sowieso immer so ein ding in den meisten horror oder monster filmen das ist glaube ich sogar bei der sind liebe war es ja auch so da ist das immer der punkt wo alle hinwollen und wenn sie dann da sind merken sie das ist eine falle das ist eine falle oder da ist gar keiner mehr das ist hier anders das ist schön dass die aliens nicht schwimmen können okay vielleicht ist es ja auch so dass sie weil sie sich im wasser nicht orientieren können apropos wasser ich kann es langsam echt nicht mehr sie es ist mit der sprinkler die sprinkler szene da hätte man doch auf die idee kommen können ja dann lassen wir doch das wasser insgesamt rauschen weil nett ist die idee wo sie sich in diesem ofen einsperren dass da ein timer ist damit ihnen da wenn die luft ausgeht damit ist dann merken und lüften aber auf der anderen seite also das ding hat schon relativ groß ausgeschaut dass er da so relativ kurz dann und dass sich das ding so verriegelt und dann plötzlich hat sie wieder daran gedacht er wisst was ich meine die szene wo sie die tür hinter sich zu machen und eigentlich immer vermieden haben dass das zu fliegt bis auf das eine mal also sorry wenn ich in so ein ding reinsteigen würde da hätte ich mechanisch sichergestellt dass die nie zu fliegen kann weil der typ war ja vorher allein also stell dir mal vor du bist da allein und dann würde der ofen diese stimmung das ist ein kessler aus da würde die tür dazu wie du kommst nie wieder raus super ganz toll also wie auch vieles von dem bereich also ich habe da auch schon gar nicht mehr wirklich die spannung spürt wahrscheinlich deswegen weil sie den fehler gemacht haben sie haben die familie dezimiert weniger können zwar schon werden aber es werden ja nur noch nebenfiguren sterben das heißt ich hatte da eigentlich nicht mehr wirklich die emotionen dass ich angst hatte um irgendjemand weil sie wird überleben wie soll es anders geht babys überleben sowieso grundsätzlich immer und die zwei kinder die wollen weitermachen also sorry und dann als sie dann die die knarre da liegen lässt und die typen auf der insel die szene war auch irgendwie ja also als vorbereitung habe ich gelten lassen ich fand den move wo sie dann den lautsprecher über sich an macht damit das alien irritiert wird da muss mal so oder gestört wird durch diese diese rückkopplung das kurz habe ich mir gedacht das ist genial auf der anderen seite hallo ihr seid gerade in eine radio station auf einer einsamen insel und du weißt dass dieser schalter bei diesem lautsprecher jetzt dieses ding hier an macht und auf monitor stellt und du bist gerade in einer schreck situation da rein never also geschickt da wäre es gewesen und es wäre so ein workaround einfach dass da ein radio gestanden wäre zum beispiel und sie hätte das natürlich auf der hausfrequenz steht und sie hätte das an macht auch von lautstärke wäre genauso gut gewesen hingegen war hervorragend die szene wo sie darüber durch diese glas schiebetür was also rüber kraxelt auf in das studio rein hoch ist für mich die spannendste szene überhaupt allerdings an jedem punkt wird sie dagegen stoßen wird sie wird das wird hier nein wird jetzt schmeißt es um nein sie macht es nicht und sie sich mit dem fuß der entlang hast du geil gemacht wirklich geil und das nach was man knarzt oder was genau so macht diesen film so weiter cool zum dritten teil den es wahrscheinlich geben wird im dritten teil werden sie wahrscheinlich die reihe beenden indem sie mit irgendwelchen lautsprecher wagen und helikoptern und was weiß ich was eben diese lächerliche rückkopplung dann abspielen und dann werden die alien sich in luft auflösen es ist wirklich die einzige große schwäche ist eben das konzept des films als blöder und die resolution auf der art und weise dass die aliens hat so empfindlich sind für diese rückkopplung ja ich weiß man kann über alles motzen das könnte man mir jetzt wieder vorwerfen tun manche auch aber ich bleibe dabei ihr müsst wenn ihr so ein film macht die prämisse durchhalten die er am anfang fordert und wenn die prämisse ist dass aliens halt auf lautstärke reagieren und dann sofort also wie er sie jäger trainiert sind dann müsst ihr mit den problemen kämpfen was man jetzt hätte machen können zum beispiel das ganze konzept völlig anders aufbauen dass das irgendwie sei vermässig ist das sind drohenden bla 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 warum auch immer das story egal die sind ein bisschen intelligent und die können jetzt zum beispiel unterscheiden wo das ein wasserfall natürlich ist kartografiert wasserfall natürliche quelle in der richtung und dann hier auch plötzlich lärm quelle müssen wir untersuchen also immer wenn da irgendwo eine plötzliche unnatürliche lärmquelle auftaucht wird sie untersucht und dann wird sie vielleicht freigegeben oder auch nicht das heißt wenn jemand zum beispiel auf die idee kommt da künstlich lärm zu machen zum beispiel durch schon aggregates im verein steht dann würden die das klassifizieren würden ihren chef androiden dahin schicken wir sagen hier ist irgendwas komisch müssen wir untersuchen oder die ganze gegend einfach nuken könnte man vielleicht sowas machen da müsste man eine background story bauen so in der art sowie krieg der welten dass die die erde über die erde herfallen kolonialisieren bodenschätze brauchen scheißegal sie können aber nicht brauchen dass da irgendwelche leute rum und deswegen sind ein paar roboter unterwegs warum kommt man zu plädieren das hat es euch damit überhaupt nichts zu tun geld so in der art könnte man das sehr ähnlich aufbauen als wahrscheinlich bloß eine blöde idee eines wahnsinnigen schreibt sie mal habt ihr den film schon gesehen da läuft er im kino jetzt an oder ist gerade angelaufen ich bin gespannt also für mich ist es ja so ein drei von fünf film weil ich nur ich war unterhalten aber war eigentlich mehr so der erste teil waren vier von fünf film weil der war einfach neu und die spannung war halt dann einfach noch viel viel mehr da und da genießt man natürlich dann auch die die emily plant da in ihrer geburtsszene im ersten schon schon heftig ja gut bis zum nächsten feld servus